Stellung hinter dem Startaufzug. Start frei. Der Start zu unserem abschließenden 10. Tagsbewerb wurde so eben freigegeben. Favorisiert in diesem Bewerb geht Programm 7. Victor Starr und Johann Lichtenwörter. Die 7 Teilnehmer beim Formieren zur 2100 Meter Startmarke. Und jetzt noch etwa 100 Meter bis zum Start. Teilnehmer ab. Rums Kommando bemüht sich nur in der Kante gleich Bonheur, Dibivivit. Außen attackiert von Vision da Bern. Innen Bonheur, Dibivivit. Außen Vision da Bern an dritter Stelle Abed-Ktf. Vor Blackwell. Victor Starr, Alphapan und Abschluss macht Brador. Bonheur-DWB hat sich hier das Kommando gesichert, er führt vor Vision de Bern, dann an dritter Stelle Abett-KT, außen kommt Victor Star weiter, an der Innenkante Blackwell, noch Alpha Pan wechseln in zweite Spur. Außen attackiert nun Victor Star, vehement auf Bonheur-DWB, innen Bonheur-DWB, außen Victor Star, dann an der Innenkante Vision de Bern, während Blackwell ein Fehler unterlaufen ist. Bonheur-DWB in Front, dann an zweiter Stelle sieht man Vision de Bern, außen Victor Star, vor Alpha Pan, dann Abett-KT und Prador, während auch Blackwell wieder Anschluss herstellen konnte. Na, fast einer gelaufenen Runde sieht man hier Bonheur-DWB bei gebremster Fahrt, dann an zweiter Stelle Vision de Bern, außen Victor Star, in zweiter Spur ebenfalls Alpha Pan, vor Abett-KT und Prador. Und den Abschluss macht Blackwell, und den Abschluss macht Blackwell. Zu Beginn des Stadion-Bogens, sieht man Bonheur-DWB in Front, außen in zweiter Spur, Victor Star, dann an der Innenkante Vision de Bern, An vierter Stelle Alpha Pan, vor Abett-KT, Prador und Blackwell. Auf der Gegenkarte wird das Tempo wieder ein wenig verschärft von Bonheur-DWB und von Victor Star, dann sieht man an der Innenkante noch gut dabei Vision de Bern, außen auch noch gut dabei Alpha Pan. Während dahinter Abett-KT von Blackwell die Lücke schließen versuchen und Prador einen Fehler begangen hat. Im Schlussbogen versucht sich hier Bonheur-DWB ein wenig zu lösen, außen kommt allerdings die Attacke von Alpha Pan. An der Spitze, an der Innenkante Bonheur-DWB wird außen attackiert von Alpha Pan. Bonheur-DWB an der Innenkante nach wie vor in Front, außen Alpha Pan und das Rennen scheint hier an Bonheur-DWB zu gehen. Und er gewinnt eben Bonheur-DWB, gewinnt vor Alpha Pan und Victor Star.